meine lieben freunde weihnachten ist ja schon lange vorbei und ich muss sagen bei uns zu hause weihnachten ist auch nicht mehr so sehr wir haben schon abgeschmückt alles aber ich bin auch sehr lange nicht zur sache gekommen möchte ich kurz und knapp erklären warum danach kommen wir zu dem verlosung video und zwar hatte ich über die weihnachtstage etwas viel stress darum kam auch keine videos ab dem 27 ist es dann so langsam wieder angelaufen ich musste erst mal wieder was aufnehmen und ich habe auch gerade privat ist sehr viel hinter den augen deswegen kommt der youtube ein bisschen kürzer und ich habe auch schon ein paar anfragen bekommen gerade von manchen die ihren preis vom letzten mal nicht bekommen haben ich habe sie aber dann alle noch mal persönlich angeschrieben die zwei dies waren und habe gesagt dass das bis zum 31 12 geschehen wird ich glaube den grünen kanal habe ich schon den gewinn geschickt beim ps4 geber bin ich mir gerade noch nicht sicher aber ich glaube schon dass ich es getan habe wenn nicht dann schreibt mich am besten noch mal an dass ich nicht vergesse und wir kommen zu den jetzigen gewinnern und die teilnahme haben folgende person felix rox der android hex justin stilisch dollcrafter jojo gfx susai kati maximilian arman dann der x paski engo 50 kars links x se gamer unterstrich jonas k und geil geile so ich schnitzel mal wieder rüber zu gewinnen gab es hier jetzt heutige gewinner ist eine überraschung die leider weg fällt weil ich keine zeit hatte leider fällt die überraschung weg deswegen gibt es keine drei gewinne sondern nur zwei die gewinne sind einmal noch mal die 20 euro steam guter und einmal noch eine zehn euro basic card die zwei gewinner werden bis zum 31 12 nicht bekannt gegeben diverse heute bekannt gegeben sondern werden die gewinne ausgegeben also übertragen zu den nachricht geschickt die zwei gewinner die ich dann gleich nenne schreiben mir bitte eine youtube pm der gewinner der das team gut haben ist tut mir bitte auf youtube sein steam account schreiben ganz wichtig im nachkehrschluss kann er mich auch gern bei steam hinzufügen ist natürlich je nachdem so kommen jetzt mal zum gewinner ich habe diesmal ein paar nieten mit eingebaut also kommen wir mal ein bisschen mehr drehen heute seid gespannt so hier sind wir zack ein bisschen furcht hier das ganze aber nun gut und zack klicken wir mal drauf der maximilian amann dann gehen wir mal wieder zurück hier in die minecraft aufnahme maximilian amann hat die nummer 1 nummer 1 das ist das gelbe geschenk zack 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 gelbes geschenk hier habe ich noch was im inventar aber so von letzten malen leider nix ich nehme das mal raus leider nix schade für dich schade für dich so beim nächsten mal klappt es vielleicht beim nächsten mal so im nächsten jahr wenn das dann noch mal da dran kommt so tun wir den ersten mal hier jetzt raus da ist es nicht mehr drin weiter geht's das programm sagen der dollkrafter hat gewonnen dollkrafter wo ist denn der dollkrafter dollkrafter hat die nummer 1 leider ist das ja nix das haben wir gerade schon nachgeguckt machen wir gleich nochmal ach so kommt doch viel mehr spannung rein die niete ist auch raus weiter geht's der x paschi hat die nummero 4 das blaue geschenk und da gucken wir doch mal ins spiel was das blaue geschenk ist das ist das hier zack 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 und ich bleibe immer darauf den auf der zuckerstange die lege ich mal weg hier 10 euro besegort herzlichen glückwunsch an dich schon mal ich tu die mal hier unten hin zack zack also der x paschi hat schon mal geworden ich bin schon mal deine tasten zu youtube plänen ganz schnell so weiter geht's mir ja noch nicht fertig jetzt wird es entscheidend n2i text n2i text gehen wir wieder zurück ins spiel n2i text hat die nummer drei nummer drei ist das rote geschenk zack 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 und das rote geschenk guck mal ich bleibe immer hier unten hin na gut ah hier versteckt dich das ich wusste es selber gerade nicht mehr ich bin selber überrascht ja hier du hast es jetzt gerade selber gelesen bitte youtube plänen schreiben und dann deinen steam namen ja meine lieben freunde und dem umkehrschluss zur folge war das eine niete und diesen umkehrschluss zur folge zack ja so kann man es natürlich auch machen und zack zack ist das diesjährige advent speziale beendet nächstes jahr kommt wahrscheinlich wieder eins ich weiß es nicht es kann auch sein es kommt keins kann sein es kommt auch komplett anderes konzept und es gibt nur einen einzigen gewinn das werde ich wahrscheinlich auch wieder so machen diesjahr war das mal eine ausnahme und ja zack da schwebt ein xm bis dahin er sich ja so's tschau tschau ein Untertitelung des ZDF, 2020